Dann wünsche ich einen guten Abend. Auch wenn es ein bisschen später ist ja sonst. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja... Zeit etc. Gut, geht heute mal wieder weiter. Mit Alien aka das Mistvieh. Äh, Scheißvieh. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wo wir es letzte Mal gespeichert haben. Hoffentlich dauert es nicht zu lange, bis wir irgendwo hinkommen, wo es einigermaßen brauchbar ist. Hey, Coneheads. Äh, ja, wir sind wieder da. Und scheinbar krabbeln. Ah, hier ist es. Okay, okay, ich weiß, wo wir sind. Da drüben ist die blöde Doktor. Dann geht es jetzt hier lang. Oder habe ich den... Mal schauen, ob ich den schon habe, den Key. Ja, okay. Dann weiß ich, wo wir sind. Und ich hasse zu wissen, wo wir sind. Äh, gib mir all dein Zeug. Ja, es ist furchtbar hier drin, nicht wahr? Viel, viel... ...unfreundlicher ist dort, wo du davor warst. Mö. Ui, das wackelt. Mist. Wo war noch Flashlight? Oh, F wie Flashlight. Und Mist wie... Wieso sehe ich denn nicht? Oh, okay, ich soll vielleicht einfach schneller machen. Äh. Woher muss ich? Ich weiß es nicht mehr. F Flashlight. Genau, hier muss ich rein. Ah. Freude. Äh, R, Q. Wo ich... Hallo, die Dame. Wo ich jetzt noch irgendwas mache, ich schaue mal nach, ob ich irgendwas bauen kann. Nachdem ich voll bin mit allem. Ich habe keinen Compound, egal was ich mache. Das ist furchtbar ehrgerlich. Ähm. Ich baue auch Compound für den Molotow. Noisemaker, Flair... Äh. Oh. 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 Ich habe das Zeug. Ich habe das Zeug. Wir sind in der Transitstation, außer der Medikamente. Wir haben sie gehört, die Schäden. Und wenn wir sie gehört, so hat die Kreature. Ja, genau. Zu blöd, dass es wie ich immer noch hier ist. Ich kann mich nämlich noch nicht daran erinnern. Ich kann mich langsam nach da drüben bewegen. Pflanzenraum. Das hört sich doch nett. Ich schaue gerade Plant Room. Ach, Plant wie Pover Plant. Und das da vorne gefällt mir sehr gut. Ripley, dein Weg raus durch die medische Rezeption ist lockt worden. Der einzige Weg, um ein Exit zu öffnen, ist, um die Krankenhäuser zu verabschieden. Positivungsprozedur. Okay, das haben wir letztes Mal nicht gesehen, weil ich im Fall nur wie ein Irrer nach links und rechts gelaufen bin. Was mir ehrlich gesagt hier auch nicht von... Oh. Eins. Zwei. Pover Level. Drei. Wir haben einen Pover. Ich würde sagen, wie viele gleiche Teile hier in dieser Station verbaut wurden. Hübsche Schatten, aber muss man im Spiel erlassen. Okay, da kann ich auch was bewegen. Ach, da komme ich nicht rein. Ich tippe mal, ich muss dieses Pover Plan anmachen. Auf. N-n-n-n-n-n-n-n Gefällt mir der chirma nicht. Ähm... 10. Oh, muss ich hin? Äh... Muss ich... Bitte sagt mir, dass es die Tür ist, wo ich hin muss. Nein? Okay. aber das ist überhaupt nicht auffällig dass da irgendwie wasser untertropft komm ich dann links vorbei wahrscheinlich um die Tür jetzt plötzlich zu das weg Dankeschön Torlockt ich sehe alles guter Mann ich sehe alles nicht nur das große Bild wo muss ich ich bin doch vorne auf so nem Scheiß vergesst immer dass ich mich mit Kontroll rüber drücken kann das muss ich öfter machen Biohazard hier war doch irgendwo so ne komische Klappe die auch zu ist äh hast du grad getanzt du bist ein komischer Tanzroboter da oh nein oh nein nöö ist denn los oh Gott das muss jetzt auch noch machen äh schlappup schlappip jay jay nö nö Menschie uh nö didn her er Sekunde. Sekunde. Und dann machen wir das Ganze noch ein bisschen so. Und dann schieben wir das hier hin. Oh, das ist viel zu groß. Sekunde. Outline-Color-Layout. Ups, nein. Warum steht denn hier nichts von der Größe? Gut, dann lassen wir das. Ich wollte gerade so einen Kill-Counter basteln. Aber scheinbar geht das nicht so schnell. Machen wir das nächste Mal. Curtain-Safe. Dann update ich mit allem möglichen. Okay, wir wissen, dass ich da rüber muss. Wo ist denn der gerade? Auf der Seite? Bitte? Weil ich nicht will. Geh weg ohne. Also muss ich wieder warten, bis sie da hinten ist. Das kann ich ja machen. Das ist ja kein großes Problem. Nein. Die Viecher sehen. Die Viecher sehen. Nein. Oh nein. Nein. Blum. 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 Die ist jetzt mal da oben aufgenauert. Keine Ahnung, wie ihr mich da... Na doch, doch, ich hab da versucht, da wegzugehen. Ich komm schneller, wenn ich hier wieder durchgehe. Und der ist darüber hin unterwegs, was mir recht ist. Mistviech ist eigentlich mal kein Arsch. Der ist ein Arsch, aber den kann man umgehen. Aber der ist nicht so furchtbar nervig wie Mistviech. Ich hab mir gedacht, warum Mistviech mich jagt und nicht den Typen. Weil der latscht da rum wie ein Dorftrottel. Ich hingegen stealthy. Ich hab dich gesehen. Was nicht gut ist. Ich sollte hier weg. Oder auch nicht. Ich sollte die... Diejenigen halt am Schopfe greifen. Ich weiß. Das ist mir raten, der ist wieder direkt hinter mir und jagt. Oh, Katze. Das ist nicht gut. Okay, wie hätte ich das jetzt umgehen können? Ich bin nicht tot. Okay, das macht Sinn. Na, Katze. Hat es Mist, wie ich erwischt? Ich hoffe, dass Mist nicht erwischt hat. Ui, das ist laut. Ui, das ist alles gar nicht gut. Ich tippe hier drauf. Das leuchtet mal. Ähm, nee. Das kommt nach oben. Ah, genau. Wenn sich ein Raum mit Gas füllt, vor allem mit heißen, sollten wir immer nach oben gehen. War heiße Gold, Dioxide, Oloxidstoffe gehen zum Glück nicht nach oben. Uh. Ja. Gut. Und jetzt? Neil, was hast du vor? Jump. Was machst du? Du konntest nur so positiv zurückgehen. Aber hey, du bist mir... ...undabgesehen davon, dass ich gerade in der Luftschacht hänge. Aber scheinbar... Oh, das wackelt aber. Und davon abgesehen, dass es ein Luftschach ist, funktioniert das Ganze noch ganz gut. Ich habe nur, warum dieser Idiot vorhin nicht auf uns geschossen hat. Kam direkt auf uns zugerannt. Entweder hat er uns nicht gesehen oder er war gerade davon... ...beschäftigt vom Mistviech wegzurennen. Was mir recht ist. Wenn Mistviech stirbt, lachen wir. Ich sollte ein Medikit machen. Ich bin doch recht niedrig. Ist die gute alte Leben beeindruckt. Es wackelt irgendwie und da ist Kappa Joes. Kappa Joes sagt... ...Stay perky. Ich kann es nicht lesen, weil der Bildscher so dunkel wurde. Das hat jetzt doch ganz gut geklappt. Wir sind nur einmal gestorben bis jetzt. Könnte besser gehen. Aber hey. Oh, wunderbar. Wir sind jetzt endlich im Fegefeuer angelangt. Ähm. Töpste ich. Und plötzlich umgewartet ist meine Batterie im Arsch. Weil ich vorhin nicht noch fast voll. Ich beschwöre mich nicht. Ich frage nur. Bonding-Agent. Gebt mir keine Bonding-Agent. Es gibt noch bitte. Ach du Scheißviech. Warum lebst du immer noch? Ist das ein Compound? Nein. Ich brauche ein Compound. Ich hasse Mistviech. Mistviech soll weggehen. Das wäre... Das wäre so schon schwer genug. Aber nein, Mistviech muss natürlich auch noch unterwegs sein. Wahrscheinlich beißt du mich gleich. Oh, Sensor. Kann ich auch nicht mitnehmen. Compound? Oh, hurra. Das war schweig. Alles kaputt. Alles kaputt. Das ist so fucked up. Keep it together. Gut. Sie töten sie! Und jetzt sind sie auch tot! Also schau dich auf! Ich hingegen bin eine Überleberin. Überleberin? Überleberin. Jetzt offiziell eine Überleberin. So wie Lara Korft. Sarah Connor. Hüpft! Was redet man noch nicht mit ihm über? Hallo! Ah, ich bin unter ihnen. Station fühlt sich wie ein Schild, oder? Vor allem, wenn ihr ein Wild mit dem es immer mehr Leute umbringt. Ich frage nicht, warum es sich so anfühlt. Ich habe schon ewig keine Flashlight Batterien mehr gefunden. Hoffentlich haben wir noch welche. Was hat die Schilder? Gib ihnen einen Rest! Gib ihm alles! Außer das, was er braucht! Gott, hier liegt aber scheiß viel rum! Oh, bitte, bitte, bitte! Ne, es ist ein Injektor. Annehme ich auch mit! Die brauche ich ja, glaube ich, auch dafür. Gut, hier muss ich nicht lang. Bitte hab noch Saft. Bitte hab noch Saft. Gut. Gut, da gibt's wieder ein Injektor? Hier drüben geht's weiter. Ich hab voll... Ist das das, wo ich herkomm? Keine Ahnung. Was sind wir denn hier? Jein. Hier bin ich runter. Nein, bin ich nicht. Du siehst nichts. Ich bin so gut. Ich kann Mistvieh hören. Uns gefällt mir nicht, dass ich Mistvieh hören kann. Wo denn muss ich? Bin ich überhaupt richtig? Keine Ahnung. Das ist schön wenn ich... Das ist schön wenn ich... Das ist schön wenn ich irgendwo Kleber finden würde. Bonding Agent. Und... Uh, Karte. Flair... Hab ich auch... Nuk... Noch ne... Flair... Terminal... Kann ich da mit die... Irrschaften irgendwie aussperren oder so? Error... Your Report... Error... Da sind keine Nummern drinne... Error... Auch nichts drinne... Working Joe. Fast so gut wie Copper Joe. Nur Copper Joe bringt niemanden um. Herrgott. Es würde wirklich was bringen wenn ich so ein scheiß Medikit bauen könnte. Und es ist jetzt ja nicht so... Dass ich sämtliche Kisten ignorieren würde. Fick dich, fick dich, fick dich, fick dich, fick dich. Wing... Ah... Schmockbomb. Ich weiß nicht was ne Schmockbomb gegen das Viech machen soll. Aber wahrscheinlich ist es eher gegen Leute gedacht. Ist hier was drinnen? Oh... Komm kaut! Medikit... 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 Besser. Viel besser. Für mich schon wieder ganz am Leben. Working-Show-Spiel. Sympte. Sympte, 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 Sympte. Keine Ahnung was Sympte heißt, aber wenn sie meinen die Working-Jows... Hier geht's wieder runter. Es muss hier oben sein, was auch immer ich holen muss. Ich bin öfter mal... ich lege öfter mal falsch, aber ich glaube hier oben kann ich noch mal laufen und da unten was mitkriegen. Okay, da ist der Typ, den ich geholt habe. Hier habe ich vorhin nichts gefunden außer den ganzen Flares. Hier bin ich hochgekrabbelt, also muss ich dann da rüber? Würde hier Sinn machen, weil das am weitesten entfernte etwas ist von dem Punkt, wo man von unten normalerweise hochkommt. Das und ich irre mich gewaltig. Hat die irgendwas? Oh, ich sollte die vielleicht nicht anscheinen. Es könnte sich als Fehler entpuppen. Scheinlich muss ich doch nach unten. Bis jetzt ist Mist wie ich wenigstens schön ruhig. Vielleicht hat es hier eigentlich mal entschlossen, mich in Ruhe zu lassen. Würde mich wundern. Würde mich stark wundern. Aber hey. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Speicherpunkt. Wieso habe ich den vorher nicht gesehen? Oh. Yay. Und das zeigt mir nicht an, dass Gegner in der Nähe sind. Hm. Sollen wir recht sein? 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 Okay. Hoppala. Schauen wir uns nochmal um. Das zeigt mir immer noch nichts an. Das gibt's doch nicht. Gottverdammt. Gut gemacht Mistviech. Gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Gut gemacht. Gottverdammt. Ich weiß nicht. Wir haben gerade gespeichert. Blasting Caps. Oh mein Gott. Karnack. Das ist mir noch eigentlich aufgefallen, wie dem nicht das heißt. So komischer Karnacken-PC. Oh, das darf ich nicht sagen. Das darf ich nicht sagen. Ähm. Tomorrow. Together! Hashtag 2! Restore Power! Ich muss doch da hoch. Du hast mich erschrocken. Wenn ich mich ruhig verhalte, müsste ich ja nichts dagegen haben, dass ich hier bin. Was merkwürdig ist, es waren noch gerade drei Leute, die da unterwegs waren. Warum hat sie gerade bloß einen Sinn geschnappt? Ich wollte mir gerade denken, dass ich zurückgehen sollte, um Sachen zu sammeln. Aber wenn hier ein Speicherpunkt ist, nehme ich den Speicherpunkt. Und dann gehe ich zurück. Hat dieser PC da, oder? Gut. Das ist vergast. Das wollte ich nicht lang. Ich weiß ja nicht warum es vergast ist, aber es ist vergast. Äh. Äh. Willkommen in London. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Welp. Hier kann ich die Power machen. Da unten brauche ich die Power. Hier ist der Speicherpunkt und da hinten ist Gas. Was? Wenn ich mir jetzt zeugere, würde ich jetzt eine Flare reinwerfen, nur um zu sehen, ob das Gas entzündlich ist. Aber wahrscheinlich würde Mistviech das nicht gut finden. Mistviech mag keine lauten Sachen. Was? T-Card Reckfired. T-Card Reckfired. Gut. Dann gehe ich mal hier lang. Sieht man noch was? Ja, wir müssen noch was sehen. Ich versuche momentan einfach ein bisschen. Brrrr. Oh. Oh. Oh, Speicherpunkt. Ich versuche momentan einfach ein bisschen. Äh. Flashlight zu sparen. Use. Das hier. Collect-ID Tag. Hast du Injectors? Nein, hast du nicht. Ne. Was ist das denn hier? SL400K System. Ah. Natürlich. Use. Oh, ein Upgrade. Nett. Kann ich jetzt da drum Mario Kart spielen oder sowas? Gut, also muss ich jetzt wieder nach oben, wo das Gas ist. In der Zwischenzeit springt Mistviech von der Decke und killt mich. Wieso haben die ja hier einen so großen Raum? Warum? Warum muss der Raum so hoch sein? Warum muss der Raum so hoch sein? Das macht keinen Sinn. Nein. Die bauen hier eindeutig nicht mit, äh, mit Idealgröße passt. Da war ich noch gar nicht drinne. Sieht so dem nicht aus, Mädel. Doch, hier war ich denn. Hier war das Hashtag irgendwas, oder? Ja, ja, Hashtag Tomorrow, genau. Ich war doch hier drinne. Ich hab mich vertan. Aber hey. Lieber guck dich alles zweimal an, als dass ich einmal was verpasse. Okay. Erstmal guck ich hier hin. Use Security Access Turner. Tuner. Oh, komm Mistviech. Warum kommst du mir nach? Rieche ich gut? Bin ich dein Typ? Oder hasst du mich einfach nur aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen? Ich meine, das muss doch nicht sein. Scrap. Mami, Mami! Ich bin ein Sechsen-Synthetik. Ich liebe dich, abzuhren zu werden. Ähm. Gerade um die abzuhren, ob ich noch einen zweiten... Utility... Last Bitters... Ob ich noch einen zweiten... Medikit benutze. Aber ich glaube, das würde nicht das Maximum ausnutzen, also lass ich's. Und das check ich nicht. Diese Bukku. Blöde Gas dahinten. Ähm. Security Access Turner. Made in China. Äh. Äh. Der Ding. Dieses komische 3. Und den komischen Baum. Na Gott, ein Psychologe hätte hier sicherlich. Aktiviere 64k Modem. Das war zum Glück nicht laut. Dahinten kann ich immer noch nicht hin, oder? Nee, da ist ein Loch. Ast drinne. Ich mach kein Gas. Macht Sinn. Heißt die Siegfamilie. Benutzen Gas. Ich beginne einen... Partan zu sehen. Im Zusammenhang. Und jetzt muss ich den Hansel hier aufmachen. Was wird er machen? Komm mit mir Sarah Connor, wenn du leben willst. Jetzt spiel schön. Lass ihm ein bisschen Platz. Okay, mit dir muss ich jetzt auskommen. Und wie war das? Hallo? Wie kann ich dir helfen? Ich brauche einen Kompressionszylinder. Der ist nett. Ich mag ihn. Ich nenne ihn Freddy. Freddy. Also Freddy, wieso genau hast du da hinten so ne komische Falte? Muss das sein? Ich bin da. Ich bin da. Dein Kompressionszylinder wird am weitesten Ende dieses Räume gefunden. Freddy. Freddy. Da Kabel. Freddy. 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 Wieso müssen meine Freunde immer mit Flammen aufgehen? Kann ich dich looten? Ja. Danke Freddy. Dann krieg ich nämlich deine Keycard. Hätte ich bedenken können. Danke Freddy. Schmore in Frieden. Ruf der Doven. Nein, das macht laut. Das macht laut. Ich steh hier rein. Das macht laut. Gutes Deutsch. Wir wissen es genauso gut, wie du immer Deutsch sagst. Das macht's. Okay, das hab ich mir irgendwie vertragreicher vorgestellt hier, ne? Vielleicht muss ich doch Move Down drücken. Ah. Ein Pusel. Ein Pusel, das ich nicht ganz verstehe. Wupp. Die hier funktionieren nicht. Aha. Wupp. Move Down. Wupp. Muss ich jetzt irgendwie da drüben hin? Oh Gott, das ist wieder mal eins dieser... Sachen, wo man sagen kann, ey. Guck dir den Idioten an. Er hat keine Ahnung, was er tut. Und ich muss sagen, ja. Ihr habt recht. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Okay, der müsste eigentlich nach unten gehen. Aber das macht dann... Oh. Plastikabs. Vielleicht macht er das... Okay, ich komme nicht an den hinteren Schalter. Das da oben ist... Okay. Und ich tippe, wenn ich das auch nur berühre, mal so... Sonst hasst es mich auch nicht. Und ich habe schon... zu lange nicht... Ich bin ein Genie. Okay. Das macht runter. Genau. Und wenn ich schnell genug... Ich meine, was würde es mir bringen, wenn ich da oben stehen würde. Genau gar nichts. Ähm. Okay, das hier kann ich trotzdem nach unten drücken. Nach oben. Okay. Ich bin einfach nur scheiße doof. Deshalb. 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 Das dachte ich mir. Ja, ich bin einfach nur doof wie Hundling. Auf daun. Auf daun. Auf daun. Auf daun. Aber Freddy. Ich hatte ihn schon so ins Herz geschlossen. Gut. Und jetzt hier... müsste das irgendwo... Fuck. Äh. Unter... Unter... Komm, wir sind ein Zylinder! Äh... Die Musik mag ich nicht. Äh, hier kann ja... Fuß-Button? Wieso klicke ich immer Sachen, die ich am besten nicht klicken sollte? Kann man nicht... Warum sind diese Knöpfe so fruchtbar blau? Ohohohohohohoh. Drück Knopf! Gute Idee! Drücke zufällige Knöpfe! Wird niemanden umbringen! Warum sollte es? Die Kampfreddy her. Da kamen Freddy her. Ich muss jetzt hier zurück. Oben rum, nach unten krabbeln und getötet werden. Wäre schön. Ich speichere noch schnell. Das klingt nach einer brauchbaren Idee. Opsedoodle. So, speichern. Ja. Ich glaube es gar nicht. Heute kommt man sogar einigermaßen voran, ohne zöter zu werden. Sagte er. Wurde hochgezogen und starb ein zweites Mal. Ich hoffe, meine Audio ist halbwegs hoch genug. Ich habe nämlich ein bisschen Angst, dass manchmal diese Audioeffekte etwas laut sind. Ich bin gewillt, wieder oben rum zu gehen. Ich gehe einfach in der Mitte durch, weil ich dich sehe. Klingt nach einer Idee. Bleib leise. Nie bist Mistviech. Wenn ich singe, tust du mir nichts. Ein furchtbarer Fehler, das zu denken. Oh, 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 ID-Tag. Bonding Agent, ah, ich mag euch Leute. Danke, dass sie gestorben sind. Sind fast Jesus. Sind schon mal die sind gestorben. Laden mich auf. Laden mich auf. Mistviech ist halt verdammt ruhig. Das gefällt mir. Vielleicht hat es eigentlich Interesse verloren. Würde mich wundern, aber hey. Man kann hoffen, oder? Genau, einfach mal ein... Oh, nicht, hat rein zum Beispiel. Funkt. Macht sicherlich kein... Oh. Before they breed track in its terminate Vermin-Chaos-Diseases. Don't let them spread. Oh. Was? Wow. Ich will die Poster-Tag haben, die die hier haben. Wie habt ihr das gemacht? Poster-Tag. Find exit to synthetic fluid plant. Ich will gar nicht nachfragen, was das ist. Oh. Äh, Leute, hinter euch. Leute, hinter euch. Mistviech, 4 macht den Weg frei. 800. Ich glaube, es ist die T-800, das ist hier. Warum schießt du da drüben einfach und ohne jenlichen Grund? Ich meine, das muss nichts sein. Das ist ein Knopf. Und durch dich. Knopf drücken. Kann nicht. Hier sieht mich, oder? Da kann ich hochkrabbeln. Irgendwie will ich nicht hochkrabbeln. Nein. Ich gehe, wenn die gute Frau dabei guckt. Ich glaube, es ist eine Frau. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da ist eine Frau und ein sehr hennstimmiger Mann. Und ich kann da hinten hochkrabbeln. Guck mal gucken. Äh. Wenn ich da hinten hochkrabbeln kann. Nein. Gut, Mädel ist weg. Ich töte niemanden. Das könnte sein, dass Mistviech mir das zu... Nicht gut fast. Toggle, power system, camera feed. Door access. Sie wollen door access. Dankeschön. Kameras braucht doch niemand. Facility Administration. Ich hoffe, ich habe Mistviech den Fall nicht überlebt. Ich meine, ich habe nichts gegen Mistviech per se. Aber Mistviech scheint mich nicht zu mögen. Das Weibchen ist alleine. Wer gibt es nicht immer noch? Okay. Kann ich hier rein? Nein. Das Weibchen ist wieder bei ihrem Männchen. Prost, Prost, Prost. Prost, Pröchen. Du, 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 du. Du, 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 du hälfte die energie rückwärts und jürgen die euro warum haben die hier werbung ich verstehe es nicht entweder haben sie dieses erbauen selber gefunden oder ich muss in den oberen raum rein ich muss in den oberen raum rein so gehe ich hier drüben zurück armer freddy ich glaube wir hätten gute freunde werden können ich und freddy die abenteuer zwei freunde ihr seht mich gerade beinahe eindeutig an Prozent das ist problematisch dass da beide jetzt sind ich hätte das Weibchen erschlagen sollen ich bin etwas ungeschickt was umgehen von den beiden da betrifft höchstwahrscheinlich und ich will nicht unbedingt schießen ich weiß es klingt komisch aber ich glaube ihr müsst wie ich hatte was gegen Schusswaffen komm her komm her ich persönlich würde ja so einen Noisemaker ausprobieren aber selbst probieren wir vor Noisemaker klingt nach einer lauten Angelegenheit verdammt der guckt mich immer an wie wäre es bei euch so ein bisschen wie wenig also so ein ganz kleines wenig das war ich mit der Taschenlampe na also nein das ist ja der Spaß dran ja lauf weiter such mich nein such mich nicht los rücklaufen ja ungefähr so leh das war ich hier auch bemerkt keep your head together you can do it you can do it you can win you can make this ah ich mag es ich habe eine gute Idee wie ich das hier machen kann wieso hat das geklappt ich wollte jetzt eigentlich sterben und dabei irgendein Blödsinn erzählen aber hey ich beschwere mich nicht ich habe viele Bonding Engels ich glaube ich kann auch ein paar Medikits machen oder ich bin zufrieden dass das so geklappt hat wie es hat ich habe keine Ahnung warum es so geklappt hat aber ich bin nicht jemand der sich darüber beschwert warum es so geklappt hat ist das schön wenn etwas endlich funktioniert wie man sich vorstellt freut man sich doch Uh Bonbons Nein Frühstücksringe Warum sind die Frühstücksringe Warum sind die Frühstücksringe Magische Frühstücksringe Ein Hammer Man sollte denken dass der Hammer eine gute Idee mitzunehmen oder Malchstifte Auch gar keine so schlechte Idee Da geht es runter Aber Waren wir davor Check ich hier noch kurz um der Ecke Liter Max Wieso kann ich hier nicht Ich muss Achso und hier stehen Ok Bonding Agent Hm Love Power Lass mal tauschen Ok also hier kommen wir auch nochmal her Ich habe keine Ahnung warum es jetzt gerade so gut klappt Da müssen wir uns recht sein Lecker Eistee Alles feines Fick dich Ha Meat Ach das war nicht EAT Das war Meat Lass mal zu Tomorrow no together future Tomorrow together no future Beides macht keinen Sinn Da brauche ich wieder irgendwas Use Leber Brauche ich doch nichts Press S Draußen trifft jetzt der Master Chief vorbei Da muss ich höchstwahrscheinlich lang Also suche ich noch hier oben ein paar Sachen Das hier scheint Ach hier bin ich Bei diesem Arschloch Professor oder Doktor Der von Mistwüch erlegt wurde Ich kann mich zwar nicht erinnern Dass ich hier mal durchhacken musste Aber ich will es nicht In Frage stellen Also ich weiß nicht Eigentlich nicht so lange schlafen Funktioniert ist eigentlich alles ganz gut Mit dem sich daran erinnern Was man wann zu drücken hat Hey hier da drin Lebt ihr noch? Nein Oh Dann dem Freddy weg ist Hätte ich jetzt endlich mal gedacht Ich hätte jetzt mal wieder mit Leuten reden können The sites of Sevastopol Oh Oh Das war schnell gestinten Ein alter Mann und ein Ein alter Mann und ein Goddamn androids Goddamn androids Ripley Taylor needs attention Medical's a no go We can't take her there We have a basic life support unit We have a basic life support unit back at HQ Then let's go We need the transit to get to HQ But it's down Transit control is upstairs Samuels Samuels says you're an engineer Go make yourself useful Seeing as you screwed up the trap Yeah right We'll talk about that later waits You protect them while I'm gone Understood Riccardo get a lock on our radio so we can stay in touch Here in Space, Texas Nein bin ich nicht Ich hasse Mistviech Don't worry Samuels We'll get her out of here Scheiß Space Marshals Ist immer gesagt Man kann den Space Marshals nicht trauen Ich muss immer noch da lang Ja Oh verdammt Mach dies wieder ganz Ripley Mach das wieder ganz Ripley Werde dabei nicht gefressen Ripley Gephrasen So wird er wahrscheinlich reden Scheiß Space Texas Also stehen bleiben hat ja ganz gut funktioniert Oh ja Okay dann Moment Du hast einen Propantank Ein Werkzeugkasten Eine Türe und ein Hier ist kein MRT 80 Mikrocomputer Terminal Kein Wunder dass alle tot sind Die sind allzu doof Ich glaube die Türe geht nicht Bei Tassen drücken Press A In meiner coolen Eye Watch Schon lange haben wir gesehen Und es ist schön dass man es nicht nur am Anfang macht und jetzt auch nur noch ein Das ist ein Das ist ein Das ist ein Das ist genug mit dem Ding rumgemacht jetzt hast du ein Plasmatort hier benutzen nur noch die Plasmatort Nein mal irgendwas die alten komischen Kram nur noch und und 18 UPS wunderbar und Apollo scheinbar der Freund von Gladys kopf sie es wieder ändert faktor ist ich glaube nicht dass es ein Mistviech ist ich glaube eher dass es so ein Androide ist Gas Torch das hier ist eine Plasma äh wahrscheinlich wird die Plasma Torch das Abglied von der Gas Torch sein wahrscheinlich möchten die Androiden hier wieder zurück Use Security okay Bip 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 ah das hat überhaupt super geklappt das ist letztendlich gemacht Someone shut everything off Hallo I know someone's in here oh Last time I trust anyone in this tank Calm down in there you androide fuck k 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 cool k k k k Max naja das sieht sehr gut aus drücke diesen komischen den jetzt weiß was nicht funktioniert bist du schuld ein und diese so viel so den haupt der 3 so dick Dinger Power Available das hier und das hier oder ich bin uns das hier drüben ich bin ja Ingenieur warum muss Achso du hast den Toten gesehen und nicht mich das macht Sinn Du bist wohl Freddys Bruder Hans Doch Sämtliche Reasons Du bist die Reason to be shy Du siehst mich gerade eindeutig an Junge man könnte fast denken dass das der Grund ist warum ich mich verstecke vielleicht will ich nicht geholfen werden Du siehst mich schon wieder Du bist einfach nur doof Wieso bist du so schnell wieder nach da hinten gelaufen Und du stehst da jetzt einfach nur oder wie oder was Ah du siehst mich oder Oh das ist schlecht Oh fuck Nein Nein Haben wir nicht Auf Wiedersehen Tür zumachen Dingsi Nein 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 Es ist nicht Bist Okay Da gibt es nur eine Möglichkeit für dich und mich Oder auch nicht Ich habe eine bessere Idee Du lässt mich in Ruhe und ich lasse dich in Ruhe Wie wäre es mit der Nein 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 Ich brauche die Hand Ich brauche die Hand Okay Okay mir geht es gut Mir geht es gut Nein 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 Ich bin schlimmeres gewohnt als dich Ich benutze meine Spezialfähigkeit Zweifeligkeit Nein Siegson kann mich mal kreuzweise Was ist da schon wieder oberfaul Geh Ich habe gedacht ich kann ihm zumindest eine auf den Kopf geben mit dem Ding Nein Nein Lass mich in Ruhe Gott du bist doof Nein Moment will ich nicht Ja und du machst einen super Job damit Junge Ich habe eine gute Idee was ich benutzen könnte Oh ja Miss on the standing Mit dem Mit dem Du mich fast umbringst Arschloch Stunbad Bist du Jetzt wo ich ging Wo ich ging Fragen Die sollte nicht Beantwortet Resist mich nicht Ich will da aber nicht mit dir reden Daher Konversation Nicht machbar Hast du ein Spiel mit mir Ja ich bin ein Spiel mit dir Ich bin ein Spiel mit dir Iskort Arschloch Gut 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 du bist einfach nur scheiße doof wunderprächtig Ähm Gibt es denn hier irgendwie door access oder so Oh Lecker Uh toter Mann Uh access Was meinst du mit der Huber faul Das gefällt mir nie Okay hier ist nicht was Ist auch nichts Okay Jetzt gehe ich da weiter Wieder hier hin Wo dieser Herr scheinbar kaputt geschlagen wurde Oh Mann Uh Uh Doppel U Jetzt habe ich eine Gasvorstelle Ich kann speichern Wunderprächtig Das ist bloß die Frage Wie zum Geier komme ich hier raus Ich muss da hinten Gas torschen Während der Typ mich nicht sieht Erst wenn du die Geräte überwachst Während ich hier ein bisschen Gas torsche Was muss ich hier Was muss ich machen Roof keys to cut panel Roof key Roof key Oh das ist nicht gut Oh das ist alles gar nicht gut Oh Cut schneller Oh Gott Oh Gott Hoch Höcher Komm Warum geht das so langsam Und getauscht Mein Gott Was ein starkes Mädel Nicht Nope 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 Ich bin schon weg Gut Ripley Das ist Waitz Der Transit ist hier Und wir warten auf dich Geh es Ich hatte ein paar Probleme Also es wird mir ein bisschen Zeit Um zurück Wir können warten Taylor kann nicht Ich kann das nächste Auto Wieso Du bist dämlich Ripley Ganz ehrlich Du bist dämlich wie Hundling Oh Klim Äh Raus Wo bin ich Wo ich bin Aber das ist komisch Beleuchtet Hm Ich hätte gehofft Ich komme jetzt in dem Raum Aus wo es die Schrotflinte gab Wenn ich das Arsch Eigentlich mal Weikreuzen können Joink Ich bin hier Ich bin hier Oh nö Solomans Habitation Tower Engineering Dex Solomans Habitation Tower Maybe he's found a better site to rate Or a way off That is fucky That In today's day We finally see ourselves In the Habitation They couldn't hear It from the last Oh das ist nicht gut Hey You feel safe? This result didn't This car for Solomans Habitation power Bye bye What was that? Nichts Lost Beキ And Bye bye What was that? Gut, das Mistfiech jetzt nicht da war Mistfiech hat mich jetzt getötet Aber der hat einfach so OOH Da läuft wer im Dunkel. Ich frage doch nicht, ob das gefährlich ist. Hm, nein. Bin ich alles supi. Äh, nichts, rechts, links, rechts, links, links. Willkommen! Copperjoes! Copperjoe! Emergency safe. Bom. Äh, da. Ah. So eine Mondskalerie. Da, wo Keep Out steht? Oder da, wo nicht Keep Out steht? Äh, ich gucke mir hier mal das an. Link. Äh, fuck the marshals. Ich glaube, ich muss da lang. Irgendwas sagt mir. Ich könnte wetten, dass das die Developers sind. Das ist einfach nur niedlich. Ich gucke auf deine Pigs. Au. Hallo? Kann ich zu euch laufen? Kein Problem, aber du könntest mich angucken, wenn du mit mir redest. Danke. Hallo, gutaussehender Mann. Ja, ich habe Schuhe an. Hallo, zweiter gutaussehender Mann. Ich habe mit Ricardo. Das ist der Loll-Life, der mit deinem Flugzeuge kam. Wo ist Marlows Schiff? Die Anisidora. Er hat ihn in einem Parkingorbit, um den Gasgäanten. Der Mann, der uns nicht die Kommandkode geben kann, um ihn auf Auto zu bringen. Vielleicht kannst du mehr aus dem unhäufigsten Basterde. Geh zu ihm. Okay, aber warum schaust du da irgendwelche komischen... Ich frage nicht erst mal. Gut, und... Also was hübsches ist dieser Glaseffekt, das muss ich ja schon sagen. Äh... Fick dich. Äh... Search. Alles. Item gemaxed. Okay. ZONE. Hallo? Marlow? Marlow? Who wants to know? My name's Ripley. I'm with the company. Here for your empty box already? You guys are keen. I'll give you that. I'm here for personal reasons. My mother was on the Nostromo when it went missing 15 years ago. You serious? Shit. Well... Shit. We never found her ship, Ripley. Just the recorder. But you sure as hell found something else. What happened out there? I need a way out of here, Ripley. Maybe we can make a deal. Just start talking. I want to know everything. Okay. Machen wir einen Deal. Fang einfach an zu reden. Und er scheint das einfach zu machen. Gut. Oh. Ooh. Let's take it slow. I want to get to that beacon in one piece. If you're looking for a piece, Foster, I've got something for you right here. Scanning equipment to find it, heist. Okay, enough already. Focus on what we're here for. I don't want any mistakes. Sipsi. Oh, come on. Wow. Wow. Okay, das hätte ich nicht erwartet. Das ist hier so ein Open Wings, wo es kommt. Ich habe keine Ahnung, wo dieses Signal gerade herkommt. Oh, ich bin in dir. Ah, achte mal die Lampe da aus. Warum leidest du für dieses Ding? Ich habe nie gedacht, dass ich über die Zukunft gedacht habe. Ich habe mich nur über das, was vor mir ist. Ich bin jetzt ein Arschloch. Das hier? Wie funktioniert sowas? Das hier? Keine Ahnung. Das gefällt mir gar nicht. Scheinbar muss ich da dann. Heist? Payday there? Payday there heißt? Oh cool, Call of Duty. Oh ja, super Idee. Das bin ich, der die Kamera schackelt. Schackelt. Gucke kurz auf die Seite. Ja. Ja, ich bin gut. Es war eine nahe. Ich glaube nicht, dass ich zurückgekommen werde, wie ich kam. Schau dich, hörst du mich? Es gibt... Es gibt... Glücklicherweise gibt es nicht so einen netten Canyon, wo ich einfach durchlaufen kann. Ist also kein Problem. Foster, glaube ich. Ui, Geysir. Okay, wir haben eindeutig irgendwie sowas wie Asche. Also es ist ein vulkanisch aktiver Planet. Mache ich jetzt überhaupt nicht. Also möglicherweise ist das einfach nur getrollenes Lavagestein. Oder ähnliches. Macht trotzdem keinen Sinn, dass das dann so ausschaut. Nein, wir sehen uns. Bleib dran. Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Wow, er hat etwas gefunden, bevor ich es gesehen habe. Wie schlecht... Ah, das meint er vielleicht. Das ist ja wahrscheinlich alles... Brüchiges Vulkangestein. Eine super Idee. Vor allem wenn du... Warte mal, eigentlich geh ich ein bisschen weiter zurück. Normalerweise... Das hier... Ja, das hätte wahrscheinlich... Boom. Im echten Leben... Mein Helm gesprengt. Weil einfach zu schnell zu viel Druck in der Außenwelt bestellt. Aber hey! Ich will mich nicht beschweren. Let's get going. Follow me. Der Helm ist gut. Okay. Aber super. Heist! Over here! Gib mir einen Leg-up! Du bist mein persönlicher Leg-up, Heist. Hey, das sind aber coole Schulterplatten. Aus welchem Space Marine Chapter bist du? Den... Ganz wo ist dies? Ah, wo ist das Space Marine Chapter? Scheinbar kommt dieses komische... Open World... D... D... Okay, dieses Open World PvP-V... Warhammer Spiel. Relativ bald TM. Auf... End Access raus. Und dann gibt's noch einiges mehr danach. Bis irgendwann eine riesige Open World PvP-Areal ist. So ähnlich wie bei... Planet Sight, nur in Beta. Äh, besser. Bei Tyrannien und so weiter rumrennen. Das könnte lustig werden. Am Anfang gibt's scheinbar die Space Marines und das Chaos zu spielen. Und im Nachhinein werden dann erst die Orks und dann die Eltern frei gespielt. Später gibt's dann noch die Tau. Und nein, deshalb werde ich spielen. Ich möchte ein Fire Warrior sein. Die machen Pew Pew. Und sind lustig. Lasergewehre. Und scheinbar gibt es ja auch noch Ideen, die Imperiale Galle reinzunehmen. Sie sind's nicht sicher, weil die Imperiale Galle ja mehr oder weniger einfach nur... Kanonenfutter ist. Sobald die irgendwo was macht. Vorausgesetzt, sie kämpft vielleicht gegen Orks. Gegen Orks kann die Gelenpirale gar nicht vielleicht irgendwas ausrechnen, aber gegen den Rest. Äh, äh. Und sie haben ordentlich viele Lehman-Rust-Panzer dabei. Ich brauche immer so, dass ich reden kann. Ich habe mich oft genug gegen diese blöden Steine hier aufgeregt. Na, guck mal. So viel Arsch wie inzwischen auf meinem Helm ab ist. Wieso sehen wir hier unten nichts das Steinchen noch? Das gefällt mir alles gar nicht. Mal ganz davon abgesehen, dass das irgendwie so irgendwelche... Vagina-Eingänge sind. Das Beste ist mir gar nicht eingefällt. Tut mir leid. Kann man nicht da lang? Äh. Genau, gehen wir mal zu diesem Stein und vermeiden, der überhaupt nicht gefährlich sein könnte. Könnten wir vielleicht irgendjemand was sagen? Es ist gerade recht ruhig, Leute. Ist ja furchtbar. Lauf! Ist das die Pomi-Toys? Ist ja wurscht. Komisch, warum ist hier plötzlich... Flüssigkeit vorhanden? Äh. Was der hell du denkst, wir werden hier finden, Malo? Manch! Manch! Ich greif. Ich kann nicht nur einfach mal meine Hose aufmachen, damit ich ja denke... Das ist auch das... Aufwand! Die Hosen ist abgesehen. Und, was ist das? Ich mag eines Abwürgericht. Ich mag einfach wieder ja genau das. Für mich leerwert. Das ist das Schiff aus Prometheus. Das ist genau das Schiff. Sehen wir jetzt ein Protoagion? Das wäre geil. Payday Dea, gib mir mal kurz einen Lift. Du bist nicht Payday Dea, der war blau. Ich sage dir das. Danke. Kannst du nicht mehr pumpen, du glaub es gar nicht. Und meine Pumpe geht auch. Boing, 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 boing. Geh zum Licht. Oh ja, das ist eine ganz tolle Idee. Das ist eine super Idee. Wieso weißt du... Ich bin auf meinem Weg. Ich bin auf dem Weg. Langsam. Aber stetig. Ich muss mich darauf einstellen. Ich werde beim nächsten Speicherpunkt wahrscheinlich dann Schluss machen. Nein, deshalb weil es bald Einzel ist und ich eigentlich nie länger als Einzel machen will. Aber mein Vater sonst sauer wird, wenn ich ihn immer wieder wecke. Wenn ich irgendwie rumquieke. Zum anderen möchte ich irgendwie sowas ähnliches wie hüpfen. Gleichheit reinbringen. Wenn ich mich nicht überkommen... Ihr habt jetzt gesehen, dass hier irgendwelche... Wieso ist der Unterteil der Kiste da verbrannt? Macht keinen Sinn. U-Switch. wie funktioniert das alles klar heißt das macht keinen Sinn wie dieser Abroller funktioniert macht absolut keinen Sinn aber ey schon ziemlich lange ich will hier nicht sein ich will hier nicht sein ich will wieder hoch nein ich will hier nicht sein ich will wieder hoch das Problem mit Eiern ist dass es irgendwas gelegt haben muss und weder die Drohnen noch die Brutmutter sind da ich frage mich was jetzt passiert hab ich schon gekannt hab Alien schon angeschaut oh man also wir wissen dass das Mistviech direkt vom Protoelien abstand das ist nicht gut ich bin hier ich bin hier Hier hast du etwas, das du brauchst. Ja, 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 ja. Und wie mache ich das, Herr Moni? Oder finde ich die einfach? Ich habe einen Plan, um ihn zu verabschieden. Gehe ein Transit-Card und treffe Ricardo in der SIS-Tech-Spire. Ich werde von hier koordinieren. Aha, das bin ich. Und das ist Marlow. Tanaka Mike, Drunken Disorder, Z3, Webster-Robot, Domestic Incident. Weißt du, wer ist ein Domestic Incident? Ist das eine Frau verprügelt? Ich bin überrascht, ich habe das hier. Ich habe so viele Sachen. Was ist das? Au. Au. Jetzt fühle ich mich doch gleich besser. Wah. Wah. Ripley, du bist auf der Weg? Ja. Ricardo ist vorhanden. Ich habe deinen Mann Samuels zum Android-Processing gebracht. Als das Ding zu sterben, werde ich ihn mit Apollo accessieren und die Lockdown entfernen. Ist Samuels okay, das zu tun? Der Mann sagte, er wollte mir helfen und ich habe meine Hände voll hier. Außerdem, er ist ein Synthetiker. Es wäre einfacher für ihn, um dort zu kommen. Ja. Wir müssen den Syst-Experten kommen. Wir müssen den Syst-Experten kommen. All we can do now is kill that fucker. Cumberjaws, stay perky. Das ist 24 Minuten. Scheiße. Ich fahre noch rüber in das andere System. Speicher dort. Dann ist der Schluss für heute. Ich mag meine Schwur wieder. Ich bin nur einziges Mal draufgegangen, wie ist denn das möglich? Ich bin echt geschockt. Letzte Woche bin ich wie oft draufgegangen. Acht, neunmal. Leicht. Das Auto mit der Rats-Systeme fährt. Vielleicht spiele ich heute einfach nicht so schlecht wie das letzte Mal. Und vielleicht habe ich weniger von Mistvieh gesehen und deshalb habe ich überlegt, würde mehr Sinn machen. Ich habe es Mistvieh heute wie oft gesehen? Zweimal? Dreimal? Habe ich direkt gesehen. Und zweimal davon war eine gescriptete Sequenz. Ich habe es viermal gesehen. Dreimal davon eine gescriptete Sequenz und einmal ist es von mir aus dem Schacht ausgehüpft. Fünfmal gesehen, einmal hat es mich in den Schacht gezogen und getötet. Und sonst nicht. Das wird ein Spaß nächste Woche. Aber wie gesagt, ich nehme einen Schluss. Und wie jedes Mal, stay perky.